Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dibs und heute geht's weiter mit unserer C5-Partie. Wir spielen Babylon und uns wurde gerade der Krieg erklärt von dem guten Genghis Khan, dem Mongolischen Reich. Das heißt es jetzt hier zu verteidigen, wir sind aktuell auch noch im Krieg mit Anwerten. Können wir mit den Frieden schließen? Das hat schon mal geklappt, ein Problem weniger. So, und wir müssen hier oben auf jeden Fall drauf aufpassen, dass wir hier, beziehungsweise eher hier, nicht ins Minus rutschen. Denn wie ihr ja wisst, streben wir einen Wissenschaftssieg an und wenn man für mich nicht alles täuscht, ist es so, dass, ja, hier, wenn wir hier ins Minus rutschen, sprich kein Geld mehr haben, dass unsere Forschung nicht mehr weiterläuft. Was hatten wir denn geforscht? Ich hab das Spiel gerade eben erst wieder gestartet. Ich muss mich also nochmal ganz kurz wieder reinfinden. Genau, wir wollten auf Dynamit gehen, damit wir Artillerie bauen können. Ich denke, das ist auch noch eine ganz gute Wahl, da bleiben wir auch drauf. Denn wir werden uns hier, wohl oder übel, mit dem guten Genghis Khan auseinandersetzen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Die Stadt hier hatten wir, Obert, wenn mich nicht alles täuscht, genau. Die lassen wir noch als Marionette, bis hier der Unzufriedenheitsbonus weg ist, quasi vier Runden noch. Und dann würde ich sagen, müssen wir all unsere Truppen nach hier unten ziehen. Das ist so schnell wie nur irgendwie möglich. Auch mit den Marineeinheiten werden wir nach unten ziehen. Beziehungsweise, das hatte ich wahrscheinlich schon gemacht in der letzten Runde. Was ich mich noch frage, ist, was machen wir mit der Stadt hier unten? Bringt die uns wirklich was? Da müssten wir auch, wenn dann nicht ein Armbustschützen bauen wir da gerade, wenn dann den Gerichtshof müssten wir dort bauen. Damit die Unzufriedenheit dort quasi abnimmt. Und die Menschen dort zufrieden sind. Was wir auch mal machen könnten, ist... Apulion. Ja, dem haben wir ja gerade eine Stadt abgeluchst, wenn ich mich recht erinnere. Handeln. Willst du vielleicht unsere Stadt dort unten haben? Diese hier, was gibst du uns dafür? 49 Gold würde er uns geben. Und eine Botschaft annehmen. Botschaft brauche ich eigentlich gerade noch nicht. Die können wir nachher mal so austauschen. Machen wir doch mal 53. Gibst du mir so viel? Okay, da will er jetzt noch ein bisschen Eisen und sowas haben. Das Eisen brauche ich, denke ich, gleich selbst. Mach mal... 51 vielleicht. Handeln. Die Abmachung scheint so gut zu sein, wie sie ist. Okay, 51. Machst du auch 52? Annehmen. Das ist nicht ernsthaft. Okay, 51 ist quasi sein letztes Gebot. Dann machen wir doch 51. 51 für 25 Wunden, das ist auf jeden Fall... Ja, das sollte uns zumindest unsere Geldprobleme quasi beseitigen. Excellent. Zumindest vorerst. Okay, dann wieso haben wir... Da haben wir keine Produktion, weil es eine Marionettenstadt noch ist. Okay, dann sind wir die Stadt da unten los. Ein Problem weniger oder eins mehr, wie man es nimmt. Die Krieger will ich auch noch nach da vorne holen. So, mit dem Ritter können wir nochmal ziehen. Jetzt ziehe ich mal nach hier. Gucken wir mal, was von da so kommt. Du gehst mal nach hier vorne. Da. Du gehst mal dort in die Stadt. Ich muss mal hier alle meine Einheiten aufdecken. Militärübersicht. Stadt stationiert. Armbrustschützer. Okay, der da ist auf Bereitschaft. Okay, du bist auf Bereitschaft. Du gehst mal nach... Dort, denke ich. Ja. Militärübersicht, was haben wir noch so? Stadt stationiert. Modernisierung am Bauen. Automatisch. Das ist der Prophet zu Wasser. Karawane. Was? Wieso erkundet die denn automatisch? Achso, das ist der Handelstypi. Genau. Was haben wir denn noch? Militärübersicht. Die Bautrupps, glaube ich, will ich mal... ...jetzt selbst auf Modernisierung schicken. Sprich, du kannst eigentlich schon mal nach da oben ziehen. Nach Babylon, dass du da arbeiten kannst. Ähm, Militärübersicht. Gibt es da eigentlich einen Hotkey für? Mich mal interessieren, könnt ihr mir mal schreiben. Stadt stationiert. Das ist der hier vorne. Ja, genau. Der kann da heilen. Der Armbrustschütze dort. Den lasse ich dort erstmal noch stehen. Oder schicke ich den in die Stadt? In der Stadt ist er sicher. Schicke ich den in die Stadt. So. Da soll auch Bereitschaft sein. Du gehst nach da. Okay, Einheit benötigt Befehle. Ja. Du kannst da warten. Du kannst da warten. Und dann geht's weiter. 14 Zufriedenheit. So, und da kommt der Genghis Khan auch schon. Okay, jetzt heißt es hier clever. Clever kämpfen. Bautrupp. Okay, der Bautrupp kann gerade nicht so weit ziehen. Der hier ist angeschlagen. Den machen wir als erstes kaputt, denke ich. So, den haben wir weg. Du ziehst einen nach hinten. Und greifst dort an. So. Okay, hier können wir auch ein bisschen angreifen. Ich glaube, ich gehe erstmal dort drauf. Du gehst einmal nach hier. Plünderst. Und gehst wieder weg. Darum haben wir einen großen Wissenschaftler. Der geht hier hin. So, und was macht ihr? Ihr müsstet jetzt hier irgendwo mal was bauen. Hier unten vielleicht. Geht mal nach da. Die schicken wir Richtung Front. Will ich mal so sagen. So, und da müssen wir hier mit den Kanonen clever ziehen. Ihr geht mal nach da. Hier geht nach da. Ihr könnt hier schon mal angreifen. So, das macht ihr mal. Der Armbustschützer. Könnte die hier zerstören? Ne, ihr zerstört die. So, dann sind wir den los. Den General möchte ich später ziehen. Noch mal weiter. Okay, da haben wir den Ritter. Der geht auch hier unten mitgucken, was da noch so passiert. Das zieht auch weiter vor. Okay, jetzt haben wir die nächste Kanone. Könnt irgendwie nur sehr langsam ziehen. Jetzt haben wir noch den General. Den schicken wir auch nach da. Könnt ihr nicht noch schießen? Ihr könnt doch noch schießen. Dann macht das doch mal. Okay, Produktion wählen. Was brauchen wir hier oben? Plus ein Kultur. Aquädukt. 40% Nahrung bleibt erhalten, wenn ein neuer Bürger geboren wird. Karawanenhof. Genau, wir brauchen, was mir einfällt, ist hier. Wir brauchen mehr Handelswege neue. Das heißt, wir brauchen hier mal einen Frachter. Produktionen hier unten wählen. Was brauchen wir hier unten? Wahrscheinlich brauchen wir noch ein paar Einheiten. Kavallerie vielleicht. Ja, wir bauen da eine Kavallerie. Gengis Khan ist im Industriezeitalter. In unserem Gebiet wo ein Gegner gesichtet ist. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Wie sieht es hier aus? Okay, das dauert noch ein paar Runden. Drei Runden noch. So, Zufriedenheit sieht ganz gut aus. Nur unser Gold nicht. Da müssen wir was dran machen. Da müssen wir was dran machen. Okay, ihr geht mal nach Kapstadt, denke ich. Genau, geht da mal hoch. Versuchen wir da mal unsere Religion noch ein bisschen zu verbreiten. Gegner in der Nähe haben wir einen verloren. Wir wurden in unserem Gebiet gesichtet. Gengis Khan hat den Handelsweg geplündert. Okay, das ist natürlich Mist. Da haben wir unsere Karawane auch jetzt verloren. Und wir haben... Ist das richtig? Die Zusammenkunft? Okay, die wollen Wale verbieten. Das dürfen wir natürlich nicht. So, und dann heißt es jetzt hier, gescheit kämpfen wieder. Diese Missionare hier, die nerven mich grad. Die nerven mich grad, muss ich sagen. Ähm... Aber wir gehen mal auf den. Die will ich erstmal noch nicht... Hm, der steht da natürlich blöde. So, der Bogenschützer. Geht mal einen Ticken nach vorne. Du gehst auch einen Ticken nach vorne. Du gehst nach da. Jetzt haben wir die Kanone. Die Kanone kann auch da unten. Ich möchte dich noch nicht. Du könntest dort angreifen. Machen wir das doch mal. Dann haben wir den Armbrustschützen. Du greifst auch dort an. Was machst du? Du könntest ein Werk erschaffen oder ein goldenes Zeitalter. Du erschaffst ein Werk. Russischer Zar. Mhm. Gehst da hin. Okay, jetzt haben wir hier noch das Musketier. Schatten wir da mal drauf an. Ich müsste das hier mit den Schiffen irgendwie aufnehmen. Denke ich. Ja, mach erst mal die Schiffe. Rück weiter vor. Du kannst mal nach hier vorne gucken, was da noch so nachkommt. Das Musketier. Das Musketier greift dort an. Der Bautrupp geht nach oben. Nach dort könnt ihr mal gehen. Okay, Armbrustschütze. Schießt da drauf. Produktion wählen. Okay, hier oben brauchen wir einen neuen Frachter. Wir sind nächste Runde auch schon fast am Limit hier, was unser Geld angeht. Da ist auch so gerade nichts, um dem entgegenzuwirken. Dann bauen wir hier, glaube ich, auch noch mal eine Karawane. Dann bauen wir da mal noch eine Karawane. Okay, hier wollten wir eine Akademie bauen. Okay, haben wir hier unten noch irgendwas, was wir hier machen können. Die Kanone könnte noch eine Runde ziehen. Mich nerven seine Missionare hier. Dass die hier alles... ...zustellen. Das ist ein bisschen blöd. Das ist dir. Hm. Willst du meine Botschaft haben? Das ist nicht wirklich. Für die Möglichkeit, für Gold vielleicht. Wale will er dafür. Ne, Wale haben wir nur einmal. Ne, ne, das ist noch nicht so richtig, das was ich will. Was sagen unsere Spione? Einer ist in Antwerpen, einer ist in Vancouver. Okay. Dann nächste Runde würde ich sagen. Dann haben wir jetzt eine Einheit verloren, wenn ich es richtig gehört habe. Ah, okay. Antwerpen ist gesunken. Einheit wurde in unserem Gebiet gesichtet. Zivilisation ist nicht mehr mit... ...dingens... Was ist das jetzt hier? Oh ja, da sind wir jetzt im Minus. Sprich, wir haben keine Forschung mehr. Okay. Okay, einige Abmachungen sind ausgelaufen. Hm. Du schießt mal auf den. Du schießt auch mal auf den, haben wir den weg. So. Du gehst nach da. Und plünderst. Du plünderst dort. Und ziehst wieder weg. So, jetzt müssen wir die Kanonen nach vorne bewegen. Hm, den General. Wir machen mal den General als erstes. General geht mal da hin. Und baut da eine Festung. Können wir den hier zerstören? Den können wir zerstören. Okay. Den sind wir schon mal los. Du rückst... ...einen nach da. Gehst dann da in Stellung. Schiffe vorrücken. Die brauchen wir gleich. Okay, will ich den heilen? Ich glaube, ich heile den. Dann kannst du irgendwo was Gescheites angreifen. Die Ambrustschützen hier sind ein bisschen störend. Ich will den eigentlich nicht verlieren. Ich habe den jetzt noch extra geheilt. Du kannst da auch angreifen. Könntest du den zerstören? Kannst du hier irgendwo noch was angreifen? Nee. Okay, dann geht hier mal einen Tick nach vorne. Was geht hier? Geht auch einen Tick nach vorne. Ihr heilt euch. Ich glaube, ich zerstöre den jetzt. Diese hier sollen wir befördern. Was geben wir denen denn? Ein wichsames Geländer, denke ich. Okay, hier die Ambrustschützen können nochmal schießen. Den nehmen wir uns denn vor. Hier hinten. Die sind angeschlagen. Ihr könnt vorrücken. Okay, nächste Runde. Jetzt werden wir, denke ich, Einheiten verlieren. Ja, haben das Schiff verloren. Okay, wir brauchen... Einen Frachter. Hier brauchen wir... Eine Einheit, denke ich. Mal gucken, was wir da bauen. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Zufriedenheit sieht aktuell ganz gut aus. Da können wir mit leben. Dann bauen wir hier, denke ich mal, noch eine... Was ist das hier? Eine Galeasse. Bauen wir davon mal noch eine. Hier können wir angreifen. Ich denke, wir gehen erstmal hier auf den Speerkämpfer. Die können wir zerstören. Das machen wir mal. Ah, guck mal da, da haben wir einen General. Okay, wir haben einen Frachter. Jetzt brauchen wir Geld. Wie sieht's denn aus? Was gibt das meiste Gold? Attilas Hof. Attilas Hof gibt 15. Ja, das machen wir. Gehen wir da mal hin. Hoffen, dass er nicht geplündert wird. Du gehst einen Ticken zurück. Heilst dich da. Auch du heilst dich. Du musst es eigentlich noch ein Stück vor. Okay, dann gehst du da hin. Du gehst nach da. Welches Musketier war das jetzt gerade? Das da. Okay, nee, du gehst nach da und da kannst du dich heilen. Okay, der Armbrustschütze hat wahrscheinlich nichts in Reichweite. Ach nee, der, da ist es. Ah, den können wir zerstören hier. Das machen wir. Das Schiff hätte ich ganz gerne eigentlich zurückgezogen. Weil das wird nächste Runde auf jeden Fall sterben, so wie es aussieht. Dann würde ich sagen, machen wir damit noch den größtmöglichen Schaden. Jetzt zieht nach vorne. Ja, guck mal da, da haben wir ein Schiff gefunden. Vielleicht benötigt Befehle. Gehen wir nach da. Moment, du kannst nicht mehr ziehen. Du kannst nicht mehr ziehen. Du gehst mal nach da. Dann kommst du nach da. So. Armbrustschütze kann gerade nichts machen. Das heißt, du machst Pause. Hier haben wir eine Karawane. Du gehst nach Antwerpen. Geht nochmal 8 Gold. Du kannst hier mal anfangen, eine Straße zu bauen. Gleich nach in die neue Stadt. Okay, nächste Runde. Musketiere, muss nachziehen. Bin ich gespannt, was jetzt passiert. Da haben wir das Schiff verloren. Das hatte ich ja schon vorher zu sehen. Müsste aber die einzige Einheit sein, die wir verloren haben jetzt, oder? Gegner wurden in einem Gebiet gesichtet. Genau, das Schiff wurde zerstört. Einfluss von Antwerpen hat stark abgenommen. Unsere Stadt leidet Hunger. Können wir da was gegen machen? Ähm, vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Können wir hier den Fokus auf Nahrung setzen? Ändert das was? Ja, das ist, weil hier alles besetzt ist. Okay, dann müssen wir da jetzt sozusagen durch. Hier oben können wir, haben wir das Schiff kaputt. Der Mösschenar soll da Religion verbreiten. Du kannst dort anfangen, eine Straße zu bauen. Hier zieht weiter nach vorne. Du baust dort einen Handelsposten, der bringt Geld. Den Frachter schicken wir irgendwo hin, wo es Geld gibt. Paris, Attilashof. Attilashof ist aktuell ein bisschen sicherer, ne? Das ist auch dichter. Wir schicken ihn erstmal nach da. Da ein bisschen Geld zu generieren. So, du. Schießt da drauf. Du. Ah, du bist noch ein zu weit weg. Das ist doch Mist. Du gehst jetzt nach da. Du gehst nach da. Du heilst. Genug greifen ist unsere Stadt nicht an. Ich glaube, ich gehe auf die Kanone. Okay, was könnt ihr machen? Ihr geht nach da. Ihr plündert. Ihr plündert. So. Das Musketier heilt sich. Du heilst dich ebenfalls. Du kannst doch jetzt aber hier auf was schießen, oder? Ja, genau. Auch du kannst da drauf schießen. Ambustschützer. Okay, euch hätte ich ganz gerne einen Ticken weiter vorne. Vielleicht hier. Ja, das lassen wir mal. Weiter. Okay. Produktion wählen. Hier oben. Bauen wir mal ein Arbeitsboot. Dann können wir hier die Felder bewirtschaften. Das machen wir mal. Wir wollen auch eine Handelsroute gleich frei. Friedensvertrag. Wer will die Stadt dafür haben? Ne. Ne, ne. Er wollte das so. Jetzt muss er da durch. Okay, hier unten unser Ritter. Der wird angegriffen. Den müssen wir dann mal aus der Schusslinie ziehen. Oh, hier oben wird's eng. Ich glaube, da haben wir auch unsere Karawane gleich nochmal verloren. Ja. Die haben wir verloren. Haben wir den weggezogen? Hm. Ne. Das wird nix. Der hier hat das meiste Leben. Den zerstören wir. So, hat der jetzt da die Religion verbreitet? Ich glaube schon. Schicke ich ihn mal noch nach hier unten. Da so hin. Ihr rückt auch weiter vor. Da kommt noch einiges nach. Ich müsste doch jetzt da drauf schießen können, oder? Ja. Das ist gut. Ihr schießt auch da drauf. Und schießt du auch da drauf auf die Kanone. Dann ist die weg. Okay, den müssen wir jetzt mal hier ganz kurz aus der Schusslinie ziehen. Du schießt. Ich glaube auf das Schiff. Ja, du schießt auf das Schiff. Was haben wir hier für eine Geländeart? Wir sind Grasland und Fluss. Das müsste eigentlich Ebene sein. Du schießt auch auf das Schiff. Die Schiffe haben sie relativ viele, da könnten sie mir gleich noch Probleme mitmachen. Okay, dich können wir vielleicht mal einen vorziehen. Und du gehst dann da hin. Einheit benötigt Befehle. Heilen. Okay, nächste Runde. Oh je, oh je, hier haben wir Einheiten verloren. Gegner haben gesichtet. Okay, Tagung steht an. Einheit wird befördert, wenn ich das richtig überflogen habe gerade. Auf dem gehen wir da oben drauf. Du ziehst dich mal komplett zurück und heilst dann. Da haben wir ein Arbeitsboot. Das Arbeitsboot schicken wir mal hier hin. Geht weiter nach da unten. Der Armbrustschützer. Können wir auch mal nach da ziehen jetzt. Du kannst doch auf irgendwas schießen hier. Genau, du schießt da drauf. Du gehst da drauf. Und dann wieder zurück. Oder auch nicht. Okay, dann machst du die platt. Du kannst auf den schießen. Ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen zu weit vorgetraut. Du schießt da hinten drauf. Du gehst da drauf. Du schießt auf das Boot. So. Einheit befördern. Welche ist denn das? Achso, der, der da gerade rausgekommen ist. Du gehst gegen Marineeinheiten. Genau. Und greifst dann dort an. Die Kanone können wir mal nach hier vorne vorziehen. Da haben wir noch einen Frachter. Du gehst bitte... Nahrung. Wir hätten Nahrung hier unten gebraucht in der Stadt. Aber da können wir gerade nichts hinschicken. Dann gehst du bitte dorthin. Da gibt es das meiste Geld, wenn ich das richtig gesehen habe. Da gibt es noch mal ein Arbeitsboot. Okay, wir haben jetzt auch unsere Handelsgruppen auf jeden Fall wieder ausgeschöpft. Können die Stadt jetzt hier mal... Beziehungsweise was kostet das Gerichtsgebäude? Ich glaube, das ist noch zu teuer. Dann lassen wir die mal noch als Marionette, solange. Da kommst du nicht hin. Produktion wählen. Dann bauen wir hier noch eine Militäreinheit. So. Hier oben bauen wir noch ein Arbeitsboot. Abgeordnete einsetzen. Embargo Mongolei. Luxusgut verbieten. Das wollen wir nicht. Ja. So, damit ist die Runde vorbei. Und auch diese Folge. Aktuell, ja, ich weiß nicht, wie es hier unten aussieht, wie das ausgeht. Ich hoffe, wir können das für uns entscheiden. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.